Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. War 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 alles, was ich hörte. Ihr wisst schon, wie die Erwachsenen in den Charlie-Braun-Filmen reden. Ja, mein Gehör hatte vor fünf Minuten versagt. Jetzt wurden die Geräusche, die ich hörte, von einem Gebrüll übertönt und das Blut schoss mir vor lauter Wut in die Ohren. Ich spürte, wie meine Fingerknöchel weiß wurden, als ich meine Fäuste auf dem Tisch ballte und in das Gesicht meiner Frau sah. Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als sie versuchte zu erklären, was sie mir gerade gesagt hatte, aber ich hörte ihr nicht mehr zu. Fünfzehn Minuten zuvor war ich gerade zur Tür hereingekommen, nachdem ich am Freitagabend von der Arbeit nach Hause gekommen war. Ich hatte mich darauf gefreut, ein Bier zu trinken und abzuschalten, damit ich das Wochenende mit meiner Frau genießen konnte. Nun, Sie wissen ja, was man über die besten Pläne sagt. Ich habe das Bier tatsächlich bekommen. Meine Frau hat es auf den Küchentisch gestellt, als ich zur Tür hereinkam. Was den Rest meines Plans anging, nicht so sehr. Dann waren da noch fünf Worte. Schatz, wir müssen reden. Okay, bevor ich zum Kern der Geschichte komme, sollte ich Ihnen vielleicht ein wenig über mich und meine Frau erzählen. Mein Name ist Robert Bader. Ich bin 28 Jahre alt und habe einen guten Job in einer Eidberatungsfirma. Ich habe einen Masterabschluss in Computerwissenschaften. Ich bin 51 Jahre alt, wiege etwa 50 Kilogramm, habe braunes Haar und braune Augen und halte mich durch tägliche Besuche im Fitnessstudio und einen Fünf-Meilen-Lauf am Morgen in Form. Mir wurde gesagt, dass ich ein schönes Gesicht habe. Meine Frau heißt Ella, aber normalerweise wird sie Ida genannt. Sie ist zwei Jahre jünger als ich, 55, kurvig, aber fit. Sie geht etwa dreimal pro Woche ins Fitnessstudio, hat blondes Haar bis Knack unter die Schultern, blaue Augen, straffe Beine und einen Hintern zum Sterben, eine schmale Taille und Brüste von 34 d. Ja, das Gesicht ist auch sehr schön. Wir haben uns auf einer Pate im College kennengelernt. Damals hieß sie noch Ella Masters. Sie beendete gerade ihren Bachelorabschluss in Rechnungswesen, während ich bereits ein Jahr in meinem Masterstudium steckte. Wir verstanden uns auf Anhieb und gingen bis zum Ende des Studiums miteinander aus. Wir heirateten etwa ein Jahr nach dem Abschluss der Highschule. Ich sollte erwähnen, dass sie manchmal vergaß, alle Konsequenzen einiger ihrer Entscheidungen zu bedenken. Das galt vor allem, wenn es um etwas ging, an das sie wirklich glaubte und das sie wollte. Ein Beispiel, sie hatte etwas von einer Feministin an sich, deshalb wollte sie nicht einfach blindlings meinen Namen annehmen, als wir heirateten. Sie bestand darauf, dass sie einen dieser lächerlichen Nachnamen mit Bindestrich schreiben wollte, also ihren Mädchennamen und einen Bindestrich vor dem Nachnamen ihres Mannes, so etwas wie Scott Peruit oder Robin Clinton. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mit ihr darüber zu sprechen und ihr zu sagen, was für eine extrem schlechte Idee das war, wurde sie defensiv und beschuldigte mich, frauenfeindlich zu sein und ihr ihre Identität nehmen zu wollen. Sie erinnerte sich an Autorinnen, die dies getan hatten und sehr erfolgreich waren. Sie erzählte von mehreren ihrer Freundinnen, die dies ohne Probleme getan hatten. Sie schimpfte endlos darüber, wie das Patriarchat Frauen dazu zwingt, den Nachnamen ihres Mannes anzunehmen, um die Frauen zu unterwerfen. Ich versuchte zu erklären, dass dies hier nicht der Fall ist. Ich hatte nicht die Absicht, sie zu unterdrücken. Schließlich setzte ich mich einfach zu ihr, schrieb ihren Nachnamen mit Bindestrich und ließ sie ihn fünfmal lesen. Wenn sie dann immer noch diesen Namen verwenden wollte, würde ich nichts mehr dagegen haben. Ida Masters Bader Die Idee wurde plötzlich fallen gelassen und sie änderte ihren Mädchennamen in meinen Nachnamen. Ich sagte doch, sie ist von Natur aus blond. Habe ich das nicht gesagt? Wir sind seit fast fünf Jahren verheiratet. Wir hatten noch keine Kinder, aber wir haben angefangen, daran zu arbeiten. Wir sprachen darüber, sie an unserem fünften Hochzeitstag zu schwängern, der in etwas mehr als zwei Monaten war. Sie hat Probleme mit der Pille, deshalb haben wir beim Sex immer Kondome bemutzt. Unser Plan war, dass wir in der Nacht unseres fünften Jahrestages zum ersten Mal ohne Kondome schlafen würden. Das wird eine besondere Nacht für uns sein. Damit sind wir wieder am Anfang dieser traurigen Geschichte angelangt. Ich saß mit einem Bier in der Hand meiner Frau am Tisch gegenüber. Ich hörte fünf schreckliche Worte und meine Wut wuchs. Ich möchte nur für einen Monat oder so etwas anderes ausprobieren, bevor wir Kinder bekommen. Ich muss das alles loswerden, bevor ich mich niederlasse und Mutter werde, versuchte Ida zu erklären. Also mal sehen, ob ich alles richtig verstanden habe. Willst du dich mit anderen Männern treffen, während du mit mir verheiratet bist? Willst du mit anderen Männern feiern und schlafen und dabei dein Gelüble brechen, alle anderen zu verlassen? Und du willst, dass ich damit einverstanden bin? Bist du verrückt? Den letzten Satz hätte ich fast geschrien. Schau, es ist nur für einen Monat oder so. Ich muss den letzten Hafer säen, bevor wir wie geplant unsere besondere Party zum fünften Jahrestag feiern können. Wenn dieser kleine Ausbruch vorbei ist, kann ich mich niederlassen und für den Rest meines Lebens eine liebende, treue Ehrfrau sein. Nicht nur nein, sondern verdammt nein. Ich habe meine Entscheidung bereits getroffen. Das ist es, was ich tun muss. Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, ich lasse es dich nur im Voraus wissen, damit ich dich nicht betrüge. Ernsthaft, wie kann ich mit anderen Männern Sex haben, ohne mich zu betrügen? Es ist kein Verrat, wenn du davon weißt und es offen ist. Es ist nur Betrug, wenn ich versuche, es zu verheimlichen und dir in den Rücken falle. Das ist hier nicht der Fall. Deshalb sage ich dir das im Voraus, bevor es passiert. Außerdem wird es nicht jeden Abend sein. Wahrscheinlich wird es nur Freitag oder Samstagnacht sein und ich werde am Morgen nach Hause fahren. Wir werden immer noch ein paar Mal in der Woche miteinander schlafen und ich werde dafür sorgen, dass ich aufräume, bevor ich von unseren Dates nach Hause komme. Du musst dir keine Sorgen um schlampige Nachschläge machen. Oh, ich bin mir sicher, dass ich mir keine Sorgen um schlampige Nachschläge machen muss, weil ich dich nicht anfassen werde, nachdem du zu einem deiner ersten Dates gegangen bist. Woher kommt dieser ganze Unsinn, den du davon dir gibst? Wer um alles in der Welt hat dir diese idiotische Idee in den Kopf gesetzt? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich weiß, woher es kommt, aber ich wollte es trotzdem wissen. Nun, ich habe mit Susie über unseren Plan gesprochen, eine Familie zu gründen. Susie, du meinst sicher deine viermal geschiedene Kollegin Susie, die gleiche Susie, die alle vier ihrer Ex-Männer betrogen hat. Nimmst du ernsthaft eher Ratschläge von ihr an? Nun, sie sagte, ich müsse mir erst einmal alles aus dem Kopf schlagen, bevor wir eine Familie gründen. Dann könne ich mich wirklich entspannen und eine großartige Mutter und treue Ehrfrau sein, ohne etwas zu bedauern, was ich vielleicht verpasst habe. Sie schlug auch vor, dass diese Erfahrung mit anderen Männern für unser eigenes Liebesspiel hilfreich sein könnte, indem sie mir einige neue Wege zeigt, wie ich dich erfreuen kann. Das kann die Tür zu einem noch besseren Sexleben öffnen. Sie war begeistert. Nun, es war ziemlich offensichtlich, dass sie es durchziehen würde, egal was ich sagte. Ich versuchte es noch mit mehreren Argumenten, wurde aber jedes Mal abgewiesen. Okay, es ist Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Es ist offensichtlich, dass du das durchziehen wirst, egal was ich wünsche. Also, wann planst du dein erstes Date? Ich habe noch kein Date, aber Susie und ich wollen morgen Abend in einen Club gehen. Okay, aber ich warne dich, wenn du versuchst, jemanden hierher zu bringen, wird es sehr schlimm enden. Oh, ich würde nie so respektlos zu dir sein. Wir gehen entweder zu ihm nach Hause, in sein Hotelzimmer oder vielleicht zu Susie zurück. Ich gebe in keiner Weise eine solche Erlaubnis und ich werde nichts davon akzeptieren. Aber es ist klar, dass meine Meinung nichts mit deiner Entscheidung zu tun hat. In diesem Fall werde ich sie nicht anfassen, während dies geschieht. Außerdem solltest du bedenken, dass dies drastische Folgen für unsere Beziehung haben könnte. Es könnte sein, dass es hier keinen Platz mehr für dich gibt, wenn du dich entscheidest, zurückzukehren. Was meinst du damit, wenn ich mich entscheide, zurückzukehren? Ich sagte doch, dass ich in irgendwo hingehen werde. Es sind nur ein oder zwei Abende pro Woche. Den Rest der Zeit werden wir zusammen sein. Ich werde es nicht erlauben, wenn du darauf bestehst. Du wirst gehen, um es zu tun. Es ist mir egal, wohin du gehst, aber du wirst nicht hier wohnen, während du dich mit anderen Männern triffst und mit ihnen Unzucht treibst. Sei nicht dumm, das ist auch mein Zuhause. Du kannst mich nicht einfach rausschmeißen. Erinnerst du dich nicht, dass dieses Haus eigentlich meinen Eltern gehört? Sie haben es mir gegeben, kurz bevor wir geheiratet haben. Das ist mein Zuhause. Vielleicht solltest du zu Susie ziehen. Es war kalt in der Nacht und am nächsten Tag. Sie versuchte mich dazu zu bringen, im anderen Schlafzimmer zu schlafen, aber ich bestand darauf, dass das Bett genauso meins sei wie ihres und dass ich dort schlafen würde, wenn sie nicht mit mir in einem Bett schlafen wollte. Sie kann ja woanders schlafen. Am nächsten Tag gingen wir uns so gut wie aus dem Weg. Gegen 8 Uhr Uhr kam Ida die Treppe hinunter, in ihrem Etikleid, Strümpfen und Strumpfgürtel. Nein, ich konnte weder den Strumpfgürtel noch den oberen Teil der Strümpfe sehen, aber ich erkannte diesen Look und sie trug 4 Zoll Absätze. Ihr Haar war gestylt und sie trug Make-up und Schmuck für die Nacht in der Stadt. Das einzige, was sie in den Händen hielt, war eine kleine Klatsch. Haben Sie etwas vergessen? Nein, ich habe mein Handy, meine Brieftasche und meinen Ausweis. Ich glaube, das ist alles, was ich brauche. Was ist mit Koffern, Kleidung, Kosmetika und Toilettenartikeln? Ich fahre nur für eine Nacht weg. Wozu brauche ich das alles? Ich werde vor dem Morgen zurück sein. Nicht wirklich. Sobald du aus der Tür gehst, tausche ich die Schlösser aus. Ich habe dir gesagt, dass du hier nicht wohnen wirst, solange du auf diesem Unsinn bestehst. Sei nicht dumm. Ich weiß, dass du mich genug liebst, um mich das tun zu lassen. Nun, offensichtlich liebst du mich nicht genug, um das nicht zu tun. Gerade als sie antworten wollte, ertönte eine Autohupe in der Einfahrt. Hier ist Susie. Ich muss los, aber wir reden weiter, wenn ich zu Hause bin. Was sie nicht wusste, war, dass ich mehrere versteckte Apps auf ihrem Telefon installiert hatte, während sie sich im Bad fertig machte. Jetzt konnte ich ihren Standort verfolgen, ihre Textnachrichten lesen und ihre Telefongespräche aufzeichnen. Ich konnte sogar ihr Mikrofon und ihre Kamera ohne ihr Wissen aktivieren. Tatsächlich aktivierte ich ihr Mikrofon, sobald sie das Haus verließ. Ich nahm ihr Gespräch mit Susie auf, während sie fuhren. Ich werde es mir später anhören. Jetzt muss ich erst einmal arbeiten. Zuerst muss ich die Türschlösser durch neue ersetzen, die ich heute Morgen gekauft habe. Dann habe ich ihr Auto aus der Garage geholt, den Garagentoröffner neu programmiert und die Fernbedienung entfernt. Drittens packte ich all ihre Kleidung, Toilettenartikel und Kosmetika in Kattos, die ich im Voraus gekauft hatte. Zwei Stunden später lud ich alle ihre Sachen ins Auto. Jetzt ist es an der Zeit, ihr Gespräch mit Susie zu belauschen. Gott ist der Sauer. Ich habe dich ja gewarnt. Er wird für eine Woche oder so wütend sein, aber das geht vorbei. Sieh nur zu, dass du ihn in den nächsten Tagen wirklich um den Verstand bringst. Sobald er sieht, wie viel besser der Sex ist, wird er anfangen, die Situation zu akzeptieren. Männer sind wie Hunde. Man kann sich alles erlauben, wenn man sie richtig belohnt. Wenn du die Tricks der Frauen richtig anwendest, wird sich ihre Einstellung zu dem, was du willst, ändern. Ja, ich hoffe nur, dass der Typ, mit dem du mich verkuppelst, mich nicht zu sehr aus der Fassung bringt, um morgen Abend die Energie für gutens Ex mit Rob zu haben. Sieh einfach zu, dass du morgen ein gutes Bad nimmst. Das sollte alle Schmerzen lindern. Zieh jetzt dein Höschen aus und lass es im Auto. Du brauchst sie heute nicht, um sie auszuziehen. Die musstest sie erst anziehen. Oh, du kleiner Unterstrich Unterstrich, sie haben beide gelacht. Ich denke, ich sollte Suzie beschreiben. Sie ist ein 54-jähriger Sexy-Dynamo. Sie hat langes, feuerrotes Haar, das ihr bis zum Hintern reicht, smaragdgrüne Augen, ein engelsgleiches Gesicht, Brüste mit 8 und 30 DD, einen Arsch, der von etwa einer Million Stößen geformt wurde, eine schmale Taille und die Moral einer zur Ekstase hingezogenen Straßenkatze. Alle ihre vier Ehen wurden wegen ihrer Untreue geschieden. Das war beeindruckend, denn sie war erst 26 Jahre alt. Mal ehrlich, wer lässt sich schon viermal scheiden, bevor er 30 wird? Nein, ich habe es nie angeklickt. Aber es lag nicht an der fehlenden Gelegenheit. Sie machte mir mehr als deutlich, dass ich jederzeit in ihrem Bett willkommen sei. Ich sollte auch erwähnen, dass dies nicht das erste Mal war, dass sie versuchte, a zu etwas phänomenal dungen zu überreden. Normalerweise waren das eher Versuche, uns in irgendeine Art von Dreier oder mehr mit ihr zu verwickeln. Bisher ist es mir gelungen, dies zu vermeiden. Ich hörte noch ein wenig zu, bis sie im Club ankamen. Der Versuch, in einem Club etwas zu hören, war ein hoffnungsloses Unterfangen. Es war einfach zu laut, um irgendwelche Gespräche zu hören. Stattdessen begann ich, Online-Banking zu betreiben, indem ich ihren GPS-Standort überwachte. Ich hob die Hälfte des Geldes vom Girokonto ab, zahlte unsere gemeinsamen Kreditkarten aus und kündigte sie, übertrug unsere gesamten Ersparnisse auf ein Offshore-Konto, das ich vor ein paar Jahren eröffnet hatte, und transferierte etwa 70% unserer Anlagen auf ein separates Konto, das nur auf meinen Namen lief. Ich bemerkte, dass sich das GPS auf Idas Handy bewegte, also öffnete ich wieder das Mikrofon. Natürlich sprach Ida, und ich hörte eine unbekannte Männerstimme mit ihr sprechen. Oh je, mein Telefon klingelt. Rascheln, hallo Susie, wie geht es dir? Hallo Mädchen, bist du mit dem Kerl gegangen? Ja, wir gehen zu dir nach Hause, um etwas Zeit allein zu verbringen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass wir das Gästezimmer für eine Stunde benutzen. Kein Problem, Baby. Ich werde wahrscheinlich bald mit seinem Freund da sein. Lass uns etwas Spaß haben. Ich hoffe, ich muss danach duschen, damit ich später nach Hause gehen kann. Das dachte ich mir schon. Ich habe Shampoo und Waschmittel für dich ins Gästebad gestellt. Ich danke dir. Inzwischen hatte ich die Kamera eingeschaltet, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen, mit dem sie zusammen war. Ich erhaschte nur einen flüchtigen Blick darauf, als sie das Telefon wieder an seinen Platz legte. Er machte keinen großen Eindruck auf mich. Ich konnte nur erkennen, dass er etwa 30 Jahre alt war, schwarzes, schütteres Haar hatte und nach seiner Körpergröße zu erteilen, etwas kleiner war als ich. Ich schaltete alles aus, da sie noch fuhren, als ich sah, dass sie bei Susies Haus angekommen waren. Ich schaltete das Mikrofon und die Kamera wieder ein. Ich hörte weiter zu, bis ich hörte, wie sie begannen, sich vom Telefon zu entfernen. Das geht einfach nicht. Das Telefon musste sich im selben Raum befinden, damit ich einen Audiobeweis für ihren Betrug bekommen konnte. Das Video wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Verdammt, was ist passiert? Das ist der Anruf meines Mannes und ich schenke ihm keine Beachtung. Das kann ich nicht. Ich rede kurz mit ihm und wimmle ihn ab. Hallo, mein Schatz, wie geht's? Wo steckst du denn? Ida, ich bin bei Susie. Wir entspannen uns ein bisschen und dann bringt sie mich nach Hause. Ich bin in ein paar Stunden wieder da. Wir haben gerade einen Film eingelegt. Gut. Ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht in eine schlimme Lage gerätst. Es geht mir gut. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich sehe dich in ein paar Stunden. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Sie muss zu viel getrunken haben, denn sie hat nicht einmal bemerkt, dass ich keine netten Worte benutzt oder ihr gesagt habe, dass ich sie liebe, als ich aufgelegt habe. Sie hat auch nicht verstanden, dass ich mich am Ende verabschiedet habe. Wie durch ein Wunder nahm sie das Telefon mit ins Schlafzimmer. Ich glaube, das lag daran, dass sie dorthin ging, als sie mit mir sprach. Besser noch, sie legte es auf den Nachttisch und lehnte es gegen die Lampe. Die Kamera hatte eine ziemlich gute Sicht auf den größten Teil des Bettes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das vor Gericht nie verwenden kann, aber zu dem Zeitpunkt war mir das eigentlich egal. Ich sah mir genug von dem Video an, um sicher zu sein, dass sie tatsächlich Sex hatten. Dann minimierte ich das Fenster und fuhr mit der Aufnahme fort. Wenn sie sich entschloss, auszugehen und mit anderen Männerns Ex zu haben, sah ich keinen Grund, zu Hause zu sitzen und mit wehen Eiern auf ihre Rückkehr zu warten. Du kennst das alte Sprichwort. Ganz, ganz und der ganze Mist. Sie. Ich werde gehen und mich auf ähnliche Weise amusieren. Außerdem werde ich es ihr unter die Nase reiben. Sie ist natürlich nicht nach Hause gekommen. Sie musste bei Susie bleiben. Den Rest des Wochenendes verbrachte ich mit Projekten rund ums Haus und mit Arbeiten an einem alten Lastwagen. Ich habe einen 1972R GMC Pickup, den ich vor ein paar Jahren billig gekauft habe. Daran arbeite ich jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe einen 350R Motor eingebaut, das alte Dreigangschaltgetriebe durch ein BorgWarner Super T10 Viergangschaltgetriebe ersetzt, ein 12-Schrauben-Hinterachs-Differential eingebaut, Ledersitze eingebaut und ihn mattschwarz lackiert. Jetzt musste ich nur noch die Stahlflexleitungen verlegen, um den Motor mit dem Kraftstoffkühler und den Unterdruckanschlüssen zu verbinden. Die Arbeit lenkte mich die ganze Woche über ab und da ich mich nicht mehr mit Ida in Verbindung setzte, konnte ich den Wagen fertigstellen und für die Straße bereit machen. Ich besuchte auch einen Anwalt und begann mit der Vorbereitung der Scheidungspapiere. Es gab wirklich keine Möglichkeit, ihr nicht die Hälfte von allen zu geben. Die Scheidungsgesetze in diesem Staat müssen von Hardcore-FeministInnen geschrieben worden sein. Seien wir ehrlich, wenn du ein Mann bist, bist du bei deiner Scheidung aufgeschmissen. Frauen gehen fremd und der arme, unschuldige Ehemann, der treu war und nichts falsch gemacht hat, muss am Ende die Ehebrecherin dafür bezahlen, dass sie ihren untreuen Lebensstil fortsetzt. Es gibt nicht viel, was ein Mann tun kann, um sich zu schützen. So kam der Freitagabend. Mein Truck war geputzt und bereit für den Abend. Nachdem ich geduscht, mich rasiert und ein wenig Parfüm aufgetragen hatte, zog ich mich an. Ich zog eine schöne neue Levi's Jeans, ein schwarzes Button-Down-Hemd und Cowboy-Stiefel aus Klapperschlangenleder an. Es war an der Zeit, mir etwas zu gännen, also ging ich in ein nettes Stieghaus zum Abendessen. Um den Abend zu beginnen, möchte ich sie nicht mit den Details langweilen. Aber das Teebohne, die Ofenkartoffel und das Gemüse waren ausgezeichnet, ebenso wie der Salat. Kommen wir nun zum eigentlichen Ereignis. Als ich das Restaurant verließ, sah ich nach, wo Ida war. Es sieht tatsächlich so aus, als wären er und Susie vor etwa einer halben Stunde im Club angekommen. Es ist an der Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Ich hatte allen Grund zu der Annahme, dass dies Ida völlig verrückt machen würde. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich ein paar Plätze von Idas Auto entfernt parkte. Wie es aussah, war sie heute die designierte Fahrerin, was meinen Plan ein wenig erleichterte, da ich mir keine Sorgen machen musste, dass Susie sie im Stich lassen würde. Nicht, dass ich mir über irgendetwas Sorgen gemacht hätte. Ich war hauptsächlich besorgt, dass es etwas schwieriger sein würde, Susie dazu zu bringen, mit mir wegzufahren, wenn sie selbst fahren würde. Nachdem ich mir einen Plan zurechtgelegt hatte, auch einen Plan B für den Fall, dass Susie moralische Probleme entwickeln sollte, betrat ich den Club. Es war nicht schwer, sie zu erkennen. Susie, ich wusste nicht, dass du hier bist, sagte ich und ging mit einem Glas in der Hand auf ihren Tisch zu. Ich habe absichtlich gewartet, bis Ida aufgestanden ist, damit ich mit einem Typen tanzen kann. Rob, was machst du denn hier? fragte sie nervös. Wahrscheinlich das Gleiche wie du, antwortete ich. Seit Ida eingezogen ist, dachte ich, ich probiere diesen Club aus und vergnüge mich heute Abend. Da wir gerade dabei sind, möchtest du tanzen? Wem, ich sollte dir vielleicht sagen, dass A mit mir hier ist? Und was hindert dich daran, mit mir zu tanzen? Und da sie nicht hier ist, kann ich nur annehmen, dass sie entweder auf der Toilette oder allein auf der Tanzfläche ist. Komm schon, du hast dich noch nie davor gescheut, mit mir zu tanzen. Ihr besorgter Blick verwandelte sich in ein Grinsen. Natürlich werde ich gerne mit dir tanzen. Wir haben drei schnelle Lieder getanzt, bevor die langsame Nummer kam. Sobald die Musik anfing, ließ ich ihr keine Chance zu gehen. Ich zog sie zu mir heran und drückte sie fest an mich. Etwa anderthalb Lieder vergingen, bevor Ida mich bemerkte. Ich fiel vor Lachen fast auf den Boden, als ihre Überraschung in Angst umschlug, dass ich sie erwischt hatte. Sie verließ die Tanzfläche sofort nach dem Ende des Liedes und kehrte zu ihrem Tisch zurück. Jetzt sah ich, wie sie mich mit schlecht verborgener Wut ansah. Oh, du Arme! Ich habe noch nicht einmal angefangen, dich wütend zu machen, dachte ich bei mir. Susie hielt mich fest im Arm, während wir langsam zusammentanzten. Wie ich schon sagte, ist Susie eine Bombe, also brauchte ich nicht lange, um stramm zu stehen und zu salutieren, wenn du weißt, was ich meine. Sie brauchte auch nicht lange, um es herauszufinden. Sie sah mich mit einem breiten Lächeln an und drückte sich noch näher an mich. Als das Lied zu Ende war, begleitete ich Susie zurück zu ihrem Tisch. Sie lud mich ein, mich zu ihnen zu setzen, und ich sagte natürlich zu. Auf dem Rückveht hielten wir an und baten die Kellnerin, unsere Getränke nachzuschenken. Als Gentleman, der ich bin, bat ich sie, alle drei Getränke auf meine Rechnung zu setzen. Robert, was zum Teufel machst du denn hier? zischte Ida wütend. Was meinst du damit, dass ich dasselbe tue wie du? Ich trinke, tanze und habe Spaß. Ist das verboten? Tu nicht so, als wärst du unschuldig. Du bist hier, um mir den Abend zu verderben, spuckte sie. Ganz im Gegenteil, Ida. Ich hatte keine Ahnung, dass du hier sein würdest. Erinnerst du dich, dass wir seit deinem Umzug nicht mehr miteinander gesprochen haben? Woher soll ich wissen, wo du sein wirst? Ich habe von ein paar Arbeitskollegen von diesem Club gehört, und da du nicht da warst, habe ich beschlossen, mir diesen Ort anzusehen und eine lustige Nacht mit Alkohol und Tanz zu verbringen. Willst du damit sagen, dass das für dich normal ist, für mich aber nicht, denn ich muss sagen, das ist ziemlich heuchlerisch von dir. Damit wandte ich mich Susie zu und begann mit ihr zu plaudern. Ida saß da und kochte vor Wut, während ich mich bemühte, ihr keine Beachtung zu schenken. Sie hatte wohl beschlossen, mich eifersichtig zu machen, denn sie gab ihr Bestes, um mit so vielen Jungs wie möglich zu tanzen. Sie fing auch an zu flirten und tanzte so kokett wie möglich. Ich lachte in mich hinein, als ich meine Zeit mit Susie monopolisierte. Jedes Mal, wenn ich sah, wie ein anderer Kerl versuchte, sie zum Tanzen aufzufordern, zog ich sie auf die Tanzfläche, noch bevor sie den Tisch erreichten. Schon bald versuchte es niemand mehr, weil es offensichtlich war, dass wir zusammen waren. Nach ein paar Stunden beschloss ich, dass es an der Zeit war. Ida war auf der Tanzfläche, und Susie war gut vorbereitet und entgegenkommend. Bei dir zu Hause, mit mir, flüsterte ich ihr ins Ohr. Ida wird bald da sein. Ist das wichtig? Ich nehme an, sie hat ihr eigenes Zimmer. Ich küsse die Stelle, wo ihr Hals auf ihre Schulter trifft. Zur Hölle damit, antwortet sie. Sie fährt mit dem Auto, sie kommt selbst nach Hause. Los geht's! Ich hielt sie angespannt, als ich sie zu ihr fuhr. Ihr Kleid wurde ihr über den Kopf gezogen und fiel zu Boden, sobald sich die Tür schloss. Sie ergriff meine Hand und zog mich praktisch in ihr Schlafzimmer. Der Sex war fantastisch. Offensichtlich hatte sie viel Übung. Ich hatte gerade meinen Höhepunkt erreicht und war entlassen, als ich die Haustür zuschlagen hörte. Susie war zu beschäftigt, um es zu bemerken. Außerdem ist Susie sehr laut, wenn sie Sex hat. Ein doppelter Bonus, Idas Zimmer liegt direkt neben Susies Zimmer, nur durch eine dünne Wand getrennt. Gegen zwei Uhr Uhr morgens schliefen wir vor Müdigkeit ein. Am nächsten Morgen hatten wir wieder Sex. Das Frühstück war, gelinde gesagt, peinlich. Offensichtlich haben wir A mit unserem morgendlichen Getue geweckt. Als wir gingen, war sie schon in der Küche. Kaffee, fragte Ida, als ich die Küche betrat. Es ist alles in Ordnung, ich mache ihn selbst. Ich bemerkte ein leichtes Grinsen auf ihrem Gesicht, als sie fragte. Ich nahm eine saubere Tasse aus dem Schrank und stellte mich neben Kurig, während er die Tasse füllte. Man kann nicht sagen, was in dem Kaffee war, den sie mir zubereitet hatte. Danach gab es fast kein Gespräch mehr zwischen uns. Sie und Susie unterhielten sich ein wenig, und ich unterhielt mich mit Susie offenbar im Club. Ida bemerkte schließlich, dass wir beide fehlten und zählte zwei und zwei zusammen. Ich glaube, sie hatte erwartet, dass ich Susie zu mir nach Hause bringe, und war wütend, als sie meinen Wagen auf dem Parkplatz sah. Sie schimpfte so sehr, dass der Mann, den sie für die Nacht nach Hause brachte, wieder in sein Auto sprang und davon fuhr. Ida sah mich während des Frühstücks wie ein Wolf an. Kurz danach bin ich gegangen. Ich kann ein echter Unterstrich-Unterstrich sein, wenn ich motiviert bin. Ich war wirklich motiviert. Ida hat mit einigen sehr attraktiven, alleinstehenden Frauen gearbeitet. Ich habe sie mehrmals auf ihren Firmenveranstaltungen und auf Partys, die wir veranstaltet haben, getroffen. Ich hatte ihre Kontaktinformationen. In den nächsten Wochen begann ich, sie zu kontaktieren. Ich überzeugte die meisten von ihnen, sich mit mir zu verabreden. Einige von ihnen waren etwas besorgt, weil Ida und ich noch verheiratet waren. Aber als Ida von ihren Abenteuern bei der Arbeit erzählte und ich ihnen versicherte, dass wir uns getrennt hatten, wurden sie nachsichtiger. Ich hörte, dass es zwischen Ida und Susie wegen meiner kleinen Eskapade Spannungen gab. Auch zwischen Ida und den meisten anderen alleinstehenden Frauen im Büro kam es bald zu Spannungen. Also begann ich, Idas Freunde und Kollegen zu treffen. Ich ging mit ihnen trinken und essen. Ich lud sie zum Tanzen ein. Ich nahm sie bei jeder Gelegenheit zu Konzerten mit. Ich stellte sicher, dass ich dort auftauchte, wo er war. Diese GPS-Tracking-App und die Sprach- und Video-App auf ihrem Telefon wurden zu einer Goldgrobe. Ich erfuhr auch, dass die meisten ihrer Kollegen, mit denen ich ausging, von ihren Dates mit mir schwärmten. Sie ging immer noch aus und brachte Männer mit. Sie und Susie gerieten immer ofter aneinander. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich ging aus, rast zu Abend, tanzte und hatte Sex. Ich hatte auch Spaß daran, Ida beim Schimpfen zuzuhören. So sollte es aber nicht funktionieren. Was meinst du damit? sagte Susie. Ihr sollte auf mich warten, wenn ich meinen letzten Hafer gesät habe und mich dann begrüßen, damit wir unsere Familie gründen können. Ihr sollte sich nicht mit anderen Frauen verabreden oder mit ihnen Sex haben. Susie war auch verwirrt. Ja, das hatte ich auch nicht erwartet. Also, was wirst du tun? Nun, jetzt hatte ich meinen Spaß und keiner der anderen Jungs konnte mich so begeistern wie Rob. Außerdem ist bald unser Jahrestag und wir haben vor, in der Nacht unseres Jahrestages mit der Arbeit für ein Baby zu beginnen. Ja, er weiß genau, wie man ein Mädchen in die Umlaufbahn schickt. Susie wusste, wovon sie sprach. Und warum zum Teufel hast du ihn hierher gebracht und die ganze Nacht mit meinem Mann verbracht? Am nächsten Morgen, hey, beruhige dich. Du weißt, dass ich seit Jahren hinter ihm her bin. Was hätte ich denn tun sollen, als er so auf mich losging? Er drehte voll auf und drückte alle meine Knöpfe. Ich konnte nicht anders, aber er ist mein Mann. Du könntest deinem besten Freund etwas Respekt entgegenbringen. Gut, es tut mir leid. Sieh mal, er hat mich nicht mal mehr angerufen. Ich bezweifle, dass wir uns jemals wiedersehen werden. Außerdem solltest du nicht auf mich wütend sein. Er hat alle unsere ledigen Kollegen überprüft. Gott, ich kann nicht glauben, dass diese Kollegen mir so eine Falle stellen. Es wird Zeit, dass ich mir zurückhole, was mir gehört. Also gehst du jetzt zu ihm zurück. Ja, ich werde ihn später anrufen und ihm sagen, dass ich bereit bin, zurückzukommen und eine Familie zu gründen. Ich lächelte, als ich dieses Gespräch hörte. Sie hatte keine Ahnung, was als nächstes passieren würde. Es ist Zeit, mit dem letzten Teil des Plans zu beginnen. Ich rief meine Anwältin an und gab ihr letzte Anweisungen. Es war nur noch etwas mehr als eine Woche bis zu unserem Hochzeitstag und ich musste mich auf einen unvergesslichen Urlaub vorbereiten. Später an diesem Tag rief Ida an. Sie wollte sofort nach Hause fahren, aber ich lehnte ab. Ich sagte ihr, dass ich schon andere Pläne hätte, weil ich nicht wüsste, was sie vorhabe. Ich sagte ihr auch, dass ich noch etwas im Haus zu tun hätte und sie überraschen wollte, wenn sie nach Hause käme. Ich wollte nicht, dass sie es sieht, bevor alles fertig ist. Das wird ein Teil des Geschenks zu ihrem Hochzeitstag sein. Ich habe vielleicht ein paar Andeutungen gemacht, die sie mit der Umwandlung eines der Schlafzimmer in ein Kinderzimmer für das neue Baby verwechselt haben könnte. Das habe ich aber nie gesagt. Schließlich habe ich sie überzeugt, dass sie an unserem Hochzeitstag kommen kann, um ihre Überraschung entgegenzunehmen. Gott wäre sie überrascht. Alle Vorbereitungen waren getroffen worden und alles war fertig. Es war Samstagabend und die Hochzeitstagsfeier, die ich geplant hatte, war in vollem Gange. Ich hatte eine Grill- und Poolparty organisiert, um zu feiern. Ida wusste nicht, dass ich den Pool erst in den letzten zwei Monaten eingebaut hatte. Das war nur der Anfang der Überraschung. Alle unsere Freunde und Verwandten waren da und auch ein paar andere Gäste. Es war etwa 18.00 Uhr, als es an der Tür klingelte. Gerade noch rechtzeitig hatte ich Ida gesagt, sie solle kommen. Anscheinend hatte sie viele Autos vor dem Haus gesehen und wusste daher schon, dass wir eine Party feiern würden. Sie war überrascht, als sie ihre Koffer ins Haus trug. Alles ist gut, der Ehrengast ist da, verkündete ich. Rob, was ist hier los? Ich dachte, wir gehen heute Abend aus und haben ein ruhiges, romantisches Abendessen. Sie sagte, oh nein, heute ist ein großer Feiertag und ich möchte, dass alle unsere Familien und Freunde hier sind, um mit uns zu feiern. Oh, okay, Darling. Es überrascht mich nur ein wenig. So etwas habe ich nicht erwartet. Nun, stell deine Koffer einfach hier ab. Wir kümmern uns später um sie. Du kommst gerade echtzeitig zum Abendessen. Als Ehrengäste sind wir beide die Ersten in der Schlange. Ida hat sich schnell eingewöhnt und beginnt, sich zu amusieren. Von Aktivität war in den letzten zwei Monaten keine Rede mehr. Wir assen, tranken und lachten. Das Abendessen war fertig und wurde weggeräumt. Im Garten brannte ein Licht. Ida war sehr überrascht über den Pool und einige andere Veränderungen am Haus. Ich habe ihr noch nicht das obere Stockwerk gezeigt. Sie hat angedeutet, dass sie sehen wollte, was ich gemacht habe, weil sie immer noch dachte, ich hätte eines der Schlafzimmer in ein Kinderzimmer verwandelt. Jetzt ist es endlich an der Zeit, den Rest der Überraschungen zu enthüllen. Darf ich um ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe einige Ankündigungen für diesen besonderen Tag. Ich rief allen zu, sich zu beruhigen und zuzuhören. Die Stereoanlage wurde ausgeschaltet und alle wurden still und rückten näher heran. Gut, ich danke Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind. Nun habe ich einige Ankündigungen zu machen. Ida, könntest du bitte mit mir hierher kommen? Nachdem sie sich neben mich gestellt hatten, fuhr ich fort. Erstens möchte ich alle wissen lassen, dass gestern mein letzter Arbeitstag war. Die einzige Person, die davon weiß, ist mein früherer Chef, der sehr freundlich war, weil ich ihm einen Monat vorher gekündigt und meine Pläne erklärt habe. Ich gebe nun bekannt, dass ich mein eigenes Beratungsunternehmen eröffnen werde. Dadurch werde ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen können. Ida hat praktisch gestrahlt, als ich das letzte Wort betonte. Wie Sie alle wissen, ist heute der fünfte Jahrestag von Ida und dem Unternehmen. Was die meisten von euch nicht wissen, ist, dass wir an diesem Tag unsere Familie gründen wollen. Deshalb möchte ich Ida ein besonderes Geschenk zum Jahrestag machen, um unsere Beziehung mit diesen Worten zu würdigen. Ich ging leise ein paar Schritte zur Seite und nickte der rothaarigen Frau am Ende der Gruppe zu. Sie nickte als Antwort und ging nach vorne. Ida Bader, Sie sind bedient worden, sagte die Frau. Was die meisten von Ihnen nicht wissen, fuhr ich fort. Vor zwei Monaten hat Ida mir gesagt, dass sie sich mit anderen Männern treffen und mit ihnen schlafen wird. Sie hat mich nicht gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Sie hat mir keine Wahl gelassen. Sie sagte mir einfach, dass sie es tun würde und dass ich nichts dagegen tun könnte. In den letzten zwei Monaten wohnte sie bei ihrer Freundin und brachte verschiedene Männer zu sich nach Hause, um mit ihnen Sex zu haben. Das ist etwas, was ich einfach nicht hinnehmen will. Um fair zu sein, bin ich auch mit anderen Frauen ausgegangen. Aber ich habe damit angefangen, nachdem Ida bereits ihr Ehrgelübde gebrochen hatte. Nein, Ida schrie nach deinen Taten. Ich lasse mich von dir scheiden, damit du Sex haben kannst, mit wem du willst. Du kannst sicher sein, dass ich es nicht sein werde. Ich sagte Ida, ich würde das Haus renovieren. Und genau das habe ich getan. Ihr habt alle den Pool gesehen, den ich eingebaut habe. Und ein paar andere Dinge unten. Außerdem habe ich das Hauptschlafzimmer neu gestrichen und eine neue, größere Dusche sowie eine Whirlpool-Badewanne im Hauptbad eingebaut. Ich habe auch die Wand zwischen den beiden kleineren Schlafzimmern herausgerissen, um sie zu einem großen Schlafzimmer mit eigenem Bad zu erweitern. Ich habe dies aus einem ganz bestimmten Grund getan, wie ich gerade sagte. Die gleiche rothaarige Frau und ein zehnjähriges, rothaariges Mädchen kamen auf mich zu. Ich möchte Ihnen allen meine Anwältin Tara und ihre Tochter Simone vorstellen. Tara ist ebenfalls eine alleinerziehende Mutter. Ich lernte Tara vor zwei Monaten kennen, an dem Montag, als A in den Club ging und ihren ersten Mann mitbrachte. Seitdem sind wir uns sehr nahe gekommen, obwohl wir noch nicht offiziell zusammen sind. Wir haben beide das Gefühl, dass da etwas zwischen uns ist. Simone und ich verstehen uns auch sehr gut. Sobald die Scheidung abgeschlossen ist und sie nicht mehr meine Anwältin ist, wollen wir zusammenziehen. Ihre Miete ist bald fällig und Tara und Simone ziehen bei mir ein. Ich wandte mich wieder an Ida. Also, Ida, was deine Koffer angeht, so kannst du sie zu deinem Auto zurückbringen. Du kommst nicht mehr hierher zurück. Ich habe dir gesagt, dass ich das nicht dulden werde, aber du hast einfach weitergemacht und unsere Ehr ruiniert. Ida schluchzte unkontrolliert. Ihre Familie schrie und die meisten Freunde verließen schnell das Haus. Meine Familie saß fassungslos da. Tara und Simone gingen leise die Treppe hinauf und verschwanden aus dem Blickfeld. Sie waren auf diese Reaktion vorbereitet und stimmten zu, als ich sie fragte, ob sie damit einverstanden wären. Um ehrlich zu sein, haben Tara und ich uns nicht einmal geküsst. Wir gingen zwar essen und ich verbrachte ein paar Abende mit ihr und Simone in ihrer Wohnung, aber wir vereinbarten, alles andere auf Eis zu legen, bis meine Scheidung abgeschlossen war. Sie ließ sich vor fünf Jahren von ihrem Mann scheiden, weil sie ihn beim Fremdgehen erwischt hatte. Danach verließ sie mehrmals das Haus, aber der Funke sprang nie über. Am Ende sind alle gegangen. Ich weiß nicht, wohin Ida noch am selben Tag ging. Ich habe alle Spionage-Apps gelöscht, die ich auf ihr hatte. Es interessierte mich nicht mehr, was sie tat. Wäre es besser gewesen, die Sache anders anzugehen? Ja, vielleicht. Vielleicht hätte ich Tara und vor allem Simone nicht wieder in die Sache hineinziehen sollen. Wahrscheinlich. Warum habe ich das getan? Die einfache Antwort ist Wut. Ich war wütend über das, was Ida getan hat. Ich wollte auch sicherstellen, dass jeder weiß, dass Ida unsere Ehe mit ihrem Egoismus ruiniert hat. Ich wollte öffentlich den Schmerz spüren lassen, den sie mir zugefügt hatte. Sie hat meine Liebe zu ihr zerstört und mich dazu gebracht, sie zu hassen. Ich wollte, dass sie den Verlust der Liebe und den Hass, den sie verursacht hatte, zu spüren bekam. Ja, ich könnte sie einfach auf der Arbeit bedienen, während sie bei Susie lebte. Ich hätte einfach allen ein Paket mit meinen Beweisen schicken können. Ich hätte eine Menge Dinge tun können, die am Ende für alle viel reifer und weniger schmerzhaft gewesen wären. Ich tat, was ich tat. Ida kehrte zu Susie zurück. Das ging etwa zwei Wochen lang so, bevor sie sich gegenseitig an die Gurgel gingen. Schließlich bekam sie eine eigene kleine Wohnung. Ich sehe sie oft in der Stadt. Ihr Gesichtsausdruck, wenn sie mich sieht, schwankt zwischen Traurigkeit und Wut. Ich glaube, das hängt von ihrer Stimmung ab. Wir tauschen keine Höflichkeiten aus. Ich habe sogar von einem ihrer Kollegen gehört, dass sie die Firma verlassen und einen neuen Job gefunden hat. Der Stress, dass ich mit so vielen anderen Frauen zusammen war, mit denen sie arbeiten musste, wurde ihr zu viel. Ich sehe ihre Familie auch manchmal, wenn Tara, Simone und ich wieder einmal zu Abend essen. Wir reden nicht miteinander, aber sie schauen uns stirnrunzelnd an. Wir ignorieren es einfach. Apropos Tara und Simone, Ida hat versucht, gegen die Scheidung anzukämpfen, hat aber bald gemerkt, dass es aussichtslos ist. Da Tara wollte, dass alles schnell zu Ende geht, erlaubte sie mir, den Druck auf A zu erhöhen, indem sie sich weiterhin mit Idas Kollegen traf. Ida unterschrieb die Papiere, nachdem sie am Morgen meines vierten Treffens auf der Arbeit einen begeisterten Bericht über unsere gemeinsame Nacht mit ihrer Kollegin gehört hatte. Der Tag, an dem die Dokumente, die meine Ehe offiziell auflösten, eintrafen. Tara und Simone zogen ein Jahr später bei mir ein. Ein weiteres Jahr später haben Tara und ich geheiratet. Wir lernten Ida kennen, als Tara, Simone und ich über ein Straßenfest schlenderten. Ida drehte sich um und lief schluchzend davon, als sie Taras im sechsten Monat schwangeren Bauch sah.